Voll geil, da hinten schmeckt es super, wenn ich noch gelassen habe. Hast du ja eine Warnelscheisse an meinen Ferzen oder was? Ja, voll. Geil. Wo bist du? Hallo? Hallo? Bist du denn? Ich weiss nicht, irgendetwas bewegt sich. Wo sitzt du? Ah, jetzt stehe ich auf. Da hinten. Schau dich aus, rein. Dalle, dalle, dalle! Wichtig. Du musst essen, ich würde ein bisschen mußchen. Kriegst du dir alles weg, dann? Mach doch nichts, du wirst ein krass. Kannst du auch essen, oder was? Ja, ich weiss auch nicht. Keine. Neue. Neue. Noch alles einsammeln, was in diesem Huren ist! Aha, dann hast du auch. Dann kannst du auch noch alles einsammeln. Ah. Ja. Also, gehen wir mal zum Loch, Arschlach. Ich glaube, ich weiss, wo, dass es könnte sein, aber ich bin mir nicht so süff. Okay. Hast du das gesehen? Hast du etwas gehört, Lärm? Nein, das kann ich noch nicht sein. Öh. Da kannst du... Ja, aber dort kommst du nie mehr raus, man. Dort hat es Millionen Wege. Meinsch? Ja. So etwas finden wir nie mehr. Da müssen wir fast gehören, oder? Nein, nein, es hat mehr... Ah, da ist gerade das Arschlach. Alter, komm da raus. Ja, das ist schon. Hey, da unten ist einfach schwarz. Shit, ist das gross. Das ist ja mal gerade geil, da finden wir die Höhle wieder. Aber das sieht wirklich aus wie ein Arschlach. Wo bist du? Ah, da hinten. Ha. Okay. Das unterste ist ein Penis, Mann. Hey, und da ist sogar ein E. Das ist doch die perfekte Stelle zum Ballen, Mann. Ne? Ja. Wo ist es? Hier. Hier. Ja. Ja. Ja, da ist ein schieses Mann, so ein Plätzchen da. Ja, man kann da sicher noch mehrere machen. Aber ich sehe da nicht, weisst du, wenn ich weiter runtergehe oder irgendwie... Ich weiss es mir. Ja komm, scheisse drauf, bauen wir es mal. Mal schauen. Es ist einfach sehr schön, dass es scheiss dunkel ist und wir nicht wissen, ob es gerade ist. Oder es ist klar. Das ist schon so. Jetzt ist es fertig und ich bin drinnen. Ich muss den humanismus wiederhosen, aber... Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Haha. Ah, ha? Tja. Hahaha. 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 Du darfst der Oberbää, aber ich teına auch mal keine maintainer. Haha. Haha. Ich zöne mich auch keen. Huh? Ich zöne mich auch nicht der Tatjungen, als nur der if. Absожу mal, will ich erwarten. Haha. phuk, Schau, Mann, komm zu mir. Was, ich kann nicht raus? Kann ich da nicht raus, Mann? Krass. Wenn du hüpfst, bist du irgendwie. Alter, dort unten ist wirklich ein Arschloch von der Welt. Sonderst unten ist ein Loch in der Mitte. Mann, wieso bin ich... Juhu! Juhu! Jetzt können wir eigentlich in die Mitte und dann eine Plattform bauen und dort ein Haus drauf. Ja, voll. So, wie was ich immer sage in den Europeans. Face. Face. In your face. Legendär. Was? Ja, das geht so, Mann. Einfach verdammt auf ihren Hals verbrauchen, Mann. Jetzt kommt die grösste Nacht, um verdammte Jötter zu bauen, Mann. Ja, Mann. Die über die Stämme, bis sie ins Loch runtergehen. Weisst du was? Hehehe. Hehehe. Zum Glück musst du sie noch oben drauf rühren, Mann. Und sie bauen sich zu untersten Heisen. Hehehe. Hehehe. Und so fort. Kommt sofort. Kommt sofort. Noch ein bisschen drüben, drüben. Mit Pflanzwissen? Ah, mit dir. So. Hehehe. Was ist das? Alter, das braucht 407 Holz, wenn du so... Das sieht aus, musst du mal abschauen, was einfach bis auf den Boden heisst. So geil. Irgendwann. So geil. Ist das so... What the fuck ist das? Ist das so ein Pami, oder was? Ja, irgend so etwas, ja. Ah, legendär. Das ist so geil. Normalerweise... Ah, das kannst du auch, Mann. Ah, Alter, weisst du wie machst du es? Schau, ich kann alle so machen. Ah ja, voll. 630 Holzerei, schau dir. Oh. Alter, es gibt ein Problem. Nein, kommst du nicht dran her. Ja, voll. Jetzt müssen wir irgendwie weiter vorne bauen, um das wegnehmen. Wir sind so hohle Sichen, Alter. Wegen? Mit den Stegen kannst du gerade umsonst nichts. Ah, schon? Ich glaube es sowieso aussieht schon. Dann musst du immer eins auf, eins runter, eins runter, eins runter. Du musst nicht mal rauf und runter. Ach so. So richtig gerade? Ah, voll easy. Ja, einfach so ein Stückchen. Ja, voll. Ja, scheisse. Scheisse. Scheisse piece. Ähm. Kann man da auch einen Zaun drauf tun, dass wir nicht runterfallen? Ja, das wäre noch geil. Irgendwie glitschst du da über der Wege. Das hast du jetzt runtergebaut? Ja, ein wenig, ja. Okay. Kannst du das voll so easy einstellen? So ist ja wirklich gut. Mhm. Ist fertig. Ah, nein, nein. Nein! Alter, es ist passiert. Ich bin... Ah. Äh, bist du dort? Weiss es noch nicht. Wo bist du? Ja, ich bin tot. Ich bin... Ich bin noch nicht halb fertig vor der Grenze. Nein! Hm, du auch. Ja, voll. Ah. Ich habe es aber überlegt. Ich lebe noch. Yeah. Ich bin wieder im Flieger. Nein, schon. Ah, du hast einen gespeichert gehabt, oder? Hätte ich auch müssen. Ja, voll. Okay. Ah, aber chillen, ich zeige dich an. Ah. Ah, zum Glück. Wow, super geil. Yeah, super geil. Nicht gut. Ich habe einfach eine Speer gerührt und gerade einen Hals drauf. Oh, chill. Ey, ein Krokodil! Hast du keine Fies? Keine Fies? Keine Fies? Dich wahrscheinlich. Ja, das ist ja. Also nur ein Stein, aber ja. Oh, mit dem kommst du sicher rein. Er flüchtet? Bist du für einen Ratten, Mann? Er flüchtet? Bist du für einen Ratten, Mann? Hey, ein Schildkrott! Woohoo! Yeah. Ich kann schnorkillen, wenn sie irgendwie raus schaut, gell? Ey, ich habe es trocken! Hahaha! Hast du dich einfach gefickt? Mit dem Stein! Und hast du etwas von sich? Ja, irgendeine Haut. Kannst du dich einfach anlegen, denke ich, oder was? Dann kann ich dich auch noch killen, Mann. Ein paar Gründe hauen, oder wie? Ja, musst du warten, bis sie raus schaut. Dann kannst du... Ja, sie ist am Laufen da, aber... Ja! Ja! Okay, feucht! Mal schauen, wie weit es da runter geht. Ich weiß es doch... Er schafft es nicht einmal, bis runter zu gehen! Die Mitte gletscht er weg! So da! Jetzt kann man immer, wenn die fertig ist, etwas drüber raus ... Jeeeee! Das Ding braucht fast tausend Stämmen. Ja, legendär. Ja, knall das auch und auch mal scheissegal. Können wir eigentlich auch mal normal bauen oder müssen wir immer so? Kennst du es ja, oder? Legendär. Ein Häuschen mit dem Feuer nebenan und dem Mosse-Ding. Nicht gelangt, oder? Weisst du, wie machen wir es jetzt? Jetzt habe ich die Idee. Kannst du diesen Scheisswagen hier her bauen? Dann kann ich immer... Nein, bauen, nein, bauen, nein, bauen, nein, bauen. Probieren wir auf. Ja, das ist so geil und schon fliegen die durch den Stämmen, Mann. Ja, das ist so geil. Wenn sie sich einfach verschwenden... Ja, das ist so geil, oder? Meinst du, ich trage sie wieder retten, oder? Ja, genau. Oh, das ist so geil. Es sieht einfach aus, wie der Mann ist, oder? Wenn das irgendein Mensch bewegt, Mann. Ja, das ist so geil. Ja, das ist so geil. Es sieht auch aus, ey. Glück Gott. Nein, ich komme nicht weiter. Du musst nur ein wenig um den Glitchschwanz, Gott sich. Ich probiere den Rüppler. Ja, pff. Oh Mann, ich sehe ihn jetzt schon. Das Geilste ist, ich kann nicht hinterher schauen, bin ich gerade? Ja, Alter. Ja, ist gut. Nein. 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 Komm, du bist da, Mann. So. Ah, du gehst! Nein, jetzt gehst du runter. Was ist denn so? Ich muss nicht wachen. Das ist doch so ein Retour. So ein Retour, ganz. Oh Mann. Ich bin so ein Retour. Ich bin so ein Retour. Ja, das wäre geil. Gehen wir das über den Ring einmal? Das ist so geil. Los, los, los. Los, los. Einen mal loslassen. Hallo? Hallo? Ah, so. Was? Das ist ja übel zum Steuern, ey. Ja, Mann. Und jetzt? Jetzt? Ah, mit Hüpfen? Nein, einfach Vollgas, Mann. Ah, okay. Geile Scheisse. Warte jetzt. Ja, voll. Ja, also... Das ist legendär, ey. Ey, und erwünscht was denn? Alles geht dumm, ey. Ja, ich mein, ey. Jetzt haben wir schon lange daran gearbeitet, ey. Das ist jetzt... Oh, schien! Oh, schien! Die wir in die Luft, Mann, so geil. Oh, schien! Nein, komm jetzt, ey. Oh, schien! Oh, schien! Oh, schien! Was bin ich jetzt da durchgegangen? Oh, fang! Oh, schien! Oh, schien! Oh, schien! Tschüss! Oh, schien! Oh, schien! Oh, schien! Oh, schien! Ich darf mich auslassen! Ich glaube, ich muss die ganze Zeit vorauslaufen, sonst... Du hast nicht irgendwie Zeit oder so. Wo bin ich? Ah, wüüüü! In einem Scheiss da! Tschüss! Hast du schon abgesperrt? Hey, da unten liegt die Leichen, Mann. Ah, da ist so geil! Hey, ich habe es überlebt! Hast du es überlebt? Ja, voll! Ich bin auf einen Baumstamm geflogen und das hat meinen Sturz gelindert. Weil da unten sind etwa 3 Millionen Baumstämme. So geil! Ah, jetzt kann ich meine Scheisse lauten. Oh shit, Alter! Bin ich noch weit weg? Nein! Wie meinst du das? 100 Pro nicht einmal in der Hälfte im Kopf. Nein! Ich sehe es einfach ganz ganz weit unten. Die Namen ganz klein und das wäre ein Feckerli, Mann! Ja, aber das ist eine andere Liga, ey! Ah, legendär! Wo ist einer? Oh, du Bixer! Was, ein verdammter Sohn! Ja, voll! Hier ist noch einer! Hier sind zwei, Alter! Ich habe ihn! Den habe ich! Geil! Du bist stark! Ist aber... Irgendwas anderes, Mann! So ein Totenkopf, ey! Oh, Alter! Kannst du mich aufweisen? Ja, warte! Ich bin gerade hier mit einem, Mann! Ja, warte! Es sind zwei bei mir jetzt! Wow, fuck! Mann! Mann! Ah, du bist tot! Ja, voll! Warte, komm! Hast du noch genug Zeit? Ja, ich bin noch genug Zeit! Okay! Ja, geil! Schau dich an, Mann! Du Bixer! Du feige rotte Rücken, du Hunde! Du Huren! Jetzt nehmen wir die sicher gerade mit, Mann! Die werden jetzt verarbeitet! Warte, woher liegt noch einer? Da können wir vielleicht schlachten oder was? Ah, ist schon einer gemetzgered? Ja, da ist noch einer! Oh! So! Da sind sie voneinander, eigentlich! Da muss ich anders gehen! Du musst auf die Dinger schlagen! Auf das Gelenk! Ne! Da ist ein Arm! Geil! Einpacken rüber! Das ist mir doch ein Blobermann mit dem neuen Gelenk! Ja! Wieso wird auch der Grinde? Wieso geht er nicht? Ah! Hier, jetzt können wir eine Lampe machen! Cool! Und die anderen zwei mitnehmen, oder? Ja, ja! Boah, leise! Ich sehe deiner unter das Röckchen, Mann! Hurengrusel! Machst du eine Runde, oder? Ja, komm halt mal her! Habe sie her, weisst du? Ja, voll! Huren Leikenschänder! Wir müssen jetzt irgendwie ein Feuer bauen! Auf der Plattform! Dann können wir die Kadaver noch darauf rühren! Okay! Dann droppe ich jetzt Knochen! Und aus Knochen können wir rüstig einmal! Ah, okay! Aber Fressen können wir nicht mehr! Ja, ich weiss nicht mal, vielleicht die Einzelteile schon! Ja! Ah, du meinst die ganze Leiche aufs Feuer rühren! Ja, voll! Aha! Okay! Warte jetzt mal! Jetzt habe ich ja gleich... Ja, voll! Ich habe... Den Kopf habe ich aufgehängt! Nein, sexy! Warte! Ja! Den Kopf brauchen wir aber für die Lampe, oder? Ja! Voll! Bye! Wie geil! Das sieht auch geil aus! Heutz Nacht gibt es die Arme in Legendär! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ich stinke Fuss, um zu mitten reinlegen! Hehehe Oh shit Jetzt kannst du echt hier eure Leiche drauf gehen Die sich verarbeiten Und der Vogel fliegt auch nicht gerade ins Feuer Hehehe Hehehe Wie geil Das hab ich gar nicht gesehen Hier ist die Feder und das Fleisch liegt auf dem Grill, das ist so geil Du bist ein armer Scheisse Du ficklach Kannst du das bauen? Warum hast du keine Baumstände bei mir? Ich habe keine Ahnung, brä Warte, 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 warte Warte, 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 warte Wie kann man da laufen? Hehehe Hehehe So geil Hehehe Ich schick dir sie runter Hehehe 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 Nein Da ist es zwischen das Hehehe 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 Das ist so geil So cool ist hier rein Hehehe 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 Hahahaha Funktioniert super Ja, hehehe Ja genau Hahahaha 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 Ist gut, ist fertig Hahahaha Gebt doch noch eine Ladung aus Reserv Noch eine, noch eine Na ja Tschüss Hahahaha Das hat's ein bisschen Hahahaha Ich schlippe mit mir Hahahaha Hahahaha Warte, lass mich für zuerst Hahahaha 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 Das ist so geil, Mann Dann kriegst du das rein Hahahaha Hahahaha Siehst du das Teil, Mann? Dann kommst du noch hässlichere Ja Ja. Ich wollte so ein Teil auf den Grill rühren, man. Es gibt sicher ein anderes Geschmack. So. Oder ein Stückchen, weißt du das Fleisch? Ja, der geht, der kommt nicht, der geht in die Tube. Geht er? Also wirklich, dass ich gehe. Geht anlocken. Ja, der läuft schön chillig, der Tube. Aber der hat ein paar Beine und der ist sicher ein Scheissschnell. Der riecht wenigstens die ganze jungen Bäume an. Wow. Haha, was ist das, man? Ja, kommt noch ein bisschen. Und? Yeah. Big Baraboom. Warte, nochmal. Warte. Warte. Das ist weg gewesen. Ah, fuck. Nein, nein, nein. Bleibt dort, bleibt dort. Bleibt dort, bleibt. Achtung, gut. Nein, gerade jetzt bewegt er sich, man. So ein Hund. Hey, wieso hüpft er immer gerade, wenn ich drücke, man? Oh, oh. Ghost, warum? Oh, oh. Oh, oh. Wo ist er? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin durchaus hier. Oh, oh. Wir haben nur noch einen Stein. Ich habe nur noch einen Stein dabei. Warte, ich habe noch einen. Wir wollen hier mit Munition anders aufrüsten. Eigentlich. Oder wir hätten ein paar reingekommen. Schön. Uuuuh, anders Glück gehabt. Einen Schlag haben. Ich habe volle Energie gehabt, jetzt habe ich keine Energie mehr. Haha, okay. Einfach nichts. Krass. Lämmt dran. Ja, da ist er am Übergang. Ist er da unten drin? Ja, da. Gleich noch die Riesen, wo er abgekallt ist nachdem. Uuuuh. Hey, der kumpelt sicher von dort unten da oben. Ich könnte noch erzählen. Dann sind wir da noch. Schau dir das mal an, Mann. Wie hässlich ist das ein? Die Klocke ist jetzt wieder weg. Ja. Das ist der gleiche Ort, wie dieser vor der Tee ranzig ist. Oh, jetzt hat er. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Der ist tot. Ja, geil, Mann. Kannst du mich auch schlucken? Komm, 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 komm. Der ist verplatzt, Mann. In 1000 Stöckchen. Schon. Was ist das da? Ja, das ist ein Teil davon. Es liegen überall so Fleischstöcke. Die Hände liegen da, weiss ich. Ah, da sind es gerade das vierte. Bist du da irgendwo bei mir in der Nähe? Ich bin gerade noch nicht. Ich bin noch am Fressen. Komm mal. Äh. Dann wollen wir noch einen Futterständer bauen und so weitergehen. Schuss. Was willst du von hinten, Mann? Achtung, hinter dir. Oh, hallo, was ist das? Eigentlich hat mich schwer verletzt. Alter, schwer. Ja, komm in. Hey. Waaah. Hey, ich habe... Hey, Amelie, eigentlich nichts. Tatsächlich ist leer. Mehr Huren. Was hat mich jetzt... Hey. Ja, aber ich meine, die Huren Base ist schon unschlagbar. Es sieht einfach so geil aus, Mann. Ja, die ist schon relativ schwedisch. Anders. Ah, da ist eine Höhle, Alpa. So eine Höhle, Höhle. Höhle, Höhle. Höhle, Höhle. Höhle, Höhle. 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 Höhle, Höhle. 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 Oh, fuck. Alter, ich bin tot. Hm. Wo bist du? Aber nicht runtergefallen. Mö, ich bin das Loch runtergewincht. Ich wollte runter schauen und irgendwie durch den Stein runtergefallen. Höhle. Ja. Höhle. Ja. Kannst du mich schnell geholt? Ja. Ich sollte eigentlich nur runterklettern müssen. Ich versuche es. Je, geiles Scheiss, Mann. Aber äh, ich kann's gut hier unten jetzt anders für Arschlöchern. Ja, zu Köpfe. Du hast es anders Köpfe, man, zuhörens rein. Ja, ich würd sagen, beim ersten Geräusch, den wir gehören, gehen wir wieder hoch. Ja, hier unten ist es überall, ein sauren Lichter. Du hast beide Null Energie und... Ja, das ist schon so. Ja, das heisst, da sind wir noch safe, aber wenn wir eins runtergehen, dann ist es scheisse. Oh, Alter, so ein wüchser! Ich bin weg, ich bin down. Nein! Er hat mich gefickt, so ein wüchser Psycho-Ding, das Bäume umhaut, ey. Okay, warte, warte. Warte, bis er ein wenig weg ist. Komm weg, Mann! Jetzt wird es so lange am Knall. Geiler Hund! Geiler Hund! Hau ab! Hau ab! Ey, der Käpp mich! Er hat mich gefickt, er haut mich wieder, ich bin wieder down. Ey, ich bin aufgestanden, boom, einschlag und wieder am Boden. Aber jetzt habe ich wieder genug Zeit. Ja, jetzt ist wieder vor euch. Geiler Hund! Los, sag mal, sag mal! Geil, geil, geil! Ich renne, ich renne, ich renne! Okay, ich bin mal weg von ihm. Ich komme in deine Richtung. Ja, geiler Scheisse, ey. Geiler Scheisse! Das ist ja eine blöde Hure, ey. Wow, er kommt wieder, er ist wieder da! Alter, renn! Renn, renn, renn! Hey, Millimeter gewesen, hey, scheit! Er folgt uns, Mann. Oh, da ist genau hinter uns! Ich habe keine Energie mehr, ich kann nicht rennen. Ja, schaut da! Ist das für ein Baum da, Mann? Ist das seine Heimat? Das ist ein grusiger Hund, hey. Hallo! Ja, also wenn wir Richtung Höhle! Voll eisig! Äh, also wenn wir Richtung Höhle! Ja, voll! Was für ein... Aber... Wo... Gibt es jetzt da zwei Wege? Ja, es gibt zwei Wege. Ja! Die damal ist die Hon. Hein, das Tumblr? Ja, das sehen Sie. Kann ich jetzt nicht nur einmal ner jetzt sein? Wie einfach soils mesauch? Ich habe das dumm Gefühl, das ist nicht der Einzige. Ja, das ist gut gemacht, das ist dummer. Hast du noch mal schnell ein wenig im Auge geholfen, ob er gerade die Säcke kommt. Ja, warte schon. Siehst du ihn? Komm mal schauen, was da unten ist. Hier unten ist noch nicht viel. Ah, da kannst du noch weiter runterklettern. Das ist ein Schnur. Ich weiss nicht, ob wir gehen wollen. Achtung, ich glaube nicht. Wo bist du? Weisst du, es kommt gerade in die Kanotinamitstange. Ja, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. Du bist jetzt hier. Achtung. Achtung. Wieso bist du weiss? Ah, du bist nicht mehr rot. Achtung, kommt er, kommt er. Achtung, kommt er, kommt er. Und? Also Alter, komm weg. Ich kann ihn schnitzen. Ach schon. Ich habe den Kropfen. Achtung, Alter, komm zurück. Ich habe Dynamite. Warum schiesst du dich weg? Gehen wir genug weit weg? Er läuft weg, er läuft weg. Warte, ich lock es noch an. Achtung, Achtung, Achtung! Ah, jetzt habe ich den 2 geriert. Nein! Warte, warte. Was ist los? Ich habe ihn verwischt. Nein, nicht ganz. Er lebt noch. Er ist schwarz, oder? Ja, warte, warte. Ah, ich habe sie noch in der Hand, Mann. Perfekt. Yeah, Baby! 1000 f***te Stückchen, ja. Müsst ihr noch ein paar rumliegen, die nicht hochgegangen sind? Kann das sein? Ja, da ist eine. Haha, geil, ein anderes Stückchen, Mann. Und ein Stückchen. Ja, wir hatten fünf Jahre. You have chapter 20 lyrics in Holding but you'll be learnt. Bis zum anderen.